Enzo Korwin, Sieg nach Penalti schiessen, ist der HZD der richtige oder der glückliche Sieger? Man kann sagen, wie man will. Ich glaube, wir sind der richtige Sieger. Wir haben uns recht viele Chancen erarbeitet, haben hinten dicht gemacht, haben wir zuhause verteidigt. Und wenn man drei Goals macht in den Zug, dann kann man gut die Bünke mitnehmen. Drei Goal, drei Assists von Ihnen, warum haben Sie keine Penalti geschossen? Ja, es wäre noch einer übrig geblieben und dort wäre ich auch noch angelaufen und probiere natürlich auch ein Goal zu machen. Aber umso besser, dass meine Kollegen vorher schon entscheiden können. Trotzdem der beste Match von Ihnen in dieser Saison? Ja, ich glaube, es war einer der besten Matchen auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben ein super Spiel hier oben gemacht und ich glaube, diese zwei Punkte nehmen wir sicher gerne mit. Gratulieren. Super, danke vielmals.